Ich düse jetzt durch, ne? Vollgas. Ja, ja. Vollgas! Oh! Halt dich fest, Quantum! Oh no! Oh, wir schauen nass! Oh! Okay, jetzt... Hier, 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 in die Büsche, in die Büsche einfach. Oh, oh, ich bin jetzt ganz allein hier. Oh! Mein Herz. Da ging was ins Höschen. Hier, bei mir ist es sicher. Wenn du zu mir kommst, ist es sicher. Irgendwie renne ich hier gerade... Ja! Komm hier, hier, hier! Okay. Also hier vorne ist irgendwo gerade ein richtig dicker Nate explodiert. Genau da, wo du gerade bist, so ungefähr. Oh, ja, super! Ja. Finde ich auch super. Die könnten auch oben auf den Dächern sein, ne? Das ist das... Ach, da hinten wird gerade, okay. Warte mal, ich gehe mal hier ran an die Mauer. Ja, da vorne läuft dann auf der anderen Straßenseite. Ja, ich seh, ich seh, ich seh. Ich kann drauf schießen. Okay. Potato. Da ist noch einer, ähm, Richtung 300. Genau uns gegenüber. Und eine Tür macht sich auch auf. Ja, ich fühle mich, okay. Okay. Ein Hit hat er bekommen. Warte, der andere versucht zu flankieren. Moment. Er schaut hierher. Dann ist hier, wo ich hinschaue, siehst du das? Richtung Nordwesten. Hinter diesem blauen Haus ist noch einer. In einem anderen Haus drin. Und ganz hinten in dem, hinter dem großen noch. Hier seh ich nix. Ja, der ist an dem Haus. Der hat gerade gepiekt. 285 ungefähr. Ich markiere das mal, das Haus, was ich meine. Ich hab die Ecke mal markiert. Warte mal, das ist ein anderes, oder? Ne, das ist das. Und der andere ist genau hier vor uns. Aber guck dir mal die Zone an. Eine Minute 40. Da ist er, vor uns. An der Mauer, an der Mauer. Ich kann... Ich hab ihn abgeschossen. Der andere ist da hinten, falls... Auch tot. Okay, sauber. So schnell geht er. Wie fliegt man den auf der anderen Seite drin? Ja. Du hast den aber gesehen, ja? Wo der war? Wie du dann draufgeschossen hast. Ich war... Sonst hätte ich hinter dir sterben... Ah, sterben. Stehen müssen. Und dann... Der ist ein bisschen. Du hast ja das Achter, oder? Ja. Von daher, wir können auch mit dem Achtern, glaube ich, ein bisschen zurückschießen, dann. Wenn das passt. Oh, vor uns, vor uns. Ist ausgenockt. Einer ist ausgenockt. Der andere ist in dem Busch drin. Busch? Im Busch, ja. Der ist genau an dem kleinen Kabuff, an dem Haus da. An dem Stein dran. Ich hall mich erst mal hoch. Genau da, wo du hinguckst eigentlich. Hinter dem Stein. Siehst du das? Den Stein hinter dem Haus? Ne. Nimm dir erst mal bitte hier. Ah, okay. Nimm dir mal bitte das Zeug. Ich hab dir was hingelegt. Merci. Ja, er holt jetzt aber sein... Okay, damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Die sind noch nicht ganz drin. Bin jetzt hinter dir gleich. Ich komme. Die sind direkt hier vorne, also Vorsicht. An dem Stein dran. Oh, der ist genau hinterm Haus. Im Haus? Okay, ich hoffne Nate. Ach ne, ich hab nur ne Smoke. Aber ich guck mal. Ich die irgendwie ablenken kann dadurch. Ich renne jetzt ran mit ner Shotgun. Komm, komm, komm. Ran mit ner Shotgun. Ja, Mann. Beide down. Halleluja. Uh. So muss das. Oh, hier. Der hat schon mal... ...für meine... ...meinen Bandana... Jetzt wird's aber persönlich hier. Nee. Ich glaub, das war ne schnelle Lösung jetzt. Von den Problemen. Ich glaub, vom... Ah, ich seh den sogar. Ich seh den. Ja. Bist du den auch? Oh, eigentlich bin ich ja schon... Ja, ja, ich seh den. Schossen? Ja, ja. Ausgenockt? Ja. Na ja, gut. Erstmal ausgenockt. Oh, ich hab'n gekillt. Finally gekillt. Oh. Ja. Na ja. Schön killt's fahren. Hier ist ein Stein bei mir. Da könnten wir ran. Da landet sogar direkt ein Drop. Uh. Mhm. Im Turm ist hier jemand, oder? Ich glaube, ja. Das hört sich noch so an. Oh. Ja. Schießt auf mich. Du kleine. Machen wir ein bisschen Platz hier. Siehst du den irgendwo? Nope. Da ist genau dieser Baum vor mir. Halt ich am besten erstmal, oder? Ich sag. Er ist aber nicht im Turm drin, glaub ich. Nicht im Turm. Das wird irgendwo... Das... Ich seh da auch keinen... Muzzle Flash. Ah, er springt vom Turm runter. Ja. Also auf den Stufen. Ich seh's. Feuer, Feuer. Ah, nee. Ich nix. Jetzt ist er dahinter. Wir dürfen wieder laufen. Eine Minute noch. Ich würd sagen, wir gehen mal... Oh, ich seh den. Er hat mich einmal getroffen. Ich hab ihn zweimal getroffen. Er challenged nicht. Schade. Na gut. Meine Weste ist auch komplett durch. 91 nur noch. Dann lass am besten jetzt weiter, würd ich sagen. Falls er noch... Irgendwie was jetzt macht, dann... Wir müssen voll über das Feld, du. Er reint nach hinten hoch, seh ich. Okay. Gut, dann lass jetzt move'n. Er sieht doch gut aus. Oh, da ist sogar noch ein Drop jetzt. So, hier sind wir schon mal drin. Oh, Motorrad vor uns. Richtung Südwesten. Angehalten. Südwesten. Oh, die ballern hier direkt. Da unten siehst du die? Moment, bin doch nicht da. Ja, ja. Ja. Den anderen hab ich. Links ist noch. Ja, beide tot. Alle tot. Oh, okay. Sauber, sauber. Ja, wir haben richtig gutes Loot jetzt. Am besten zusammen ran pushen. Oh, wir dürfen wieder ewig weit laufen. Was der links war oder den hast du auch? Ja, den linken hab ich. Linken und rechten. Zwei Kills hab ich hier, glaub ich. Mal zusammen ran. Ja. Oh, hier ist noch ein. Auf ihn. Ach. Okay, gut. Okay, sauber, sauber. So, wenn du irgendwie eine K siehst, sag bitte Bescheid. Und eine Weste. Ich brauch eine Weste. Der hat eine SKS mit Schaldämpfer, wisst du dir? Nee, nee, nee. Der SKS nicht. Nee. Ich kann dir aber dann ein Cheekpad geben, wenn du das wirklich brauchst. Ich hab ja keine andere Waffe. Ich hab eine K. Okay, ich hab eine K jetzt. Ja gut. Oh. Dich? Ja. Naja, vom Hügel. Vom Hügel. Oben. Ganz oben. Der geht jetzt aber auch weiter. Oh ja, shit. Irgendwo anders noch. Irgendwo anders. Ich werd beschossen. Oh, 30 Sekunden noch. Hatten die irgendwelche Westen? Wo? Ich seh ihn grad nicht. Ist beim Baum. Ein Hit mit der SKS beim Baum. Ist sie immer noch hinterm Baum? Ja, ja, ich zieh den Baum. Okay. Wir müssen jetzt bald ran. Ja, ja, ja. Wir müssen warten. Nee, das ist auch nicht. Das sind auch andere hier. Andere schießen. Oh, ich seh den. Nee, ich seh den nicht. Oh, Mann. Kann hier echt nix machen, du. Zone kommt jetzt. Hier liegt ein Motorrad. Hier wär ein Motorrad gewesen. Ah, ja. Wollen wir das nehmen? Müssen, oder? Oh, guck mal. Die Zone zieht richtig viel. Fuck. Ich nehm das Motorrad. Ich nehm das Motorrad hier. Das braucht aber ewig, um sich aufzustellen. Nehm dir jetzt nochmal ein First Aid dann. Ja, falt mir rein. Oh, shit. Ist du bereit? Ich düse jetzt durch, ne? Vollgas. Ja, ja. Vollgas! Oh! Halt dich fest, Quantum! Oh, no! Oh, wir schaffen nass! Oh! Okay, jetzt... Hier, hier, hier. In die Büsche, in die Büsche einfach. Wir legen uns hier hin. Einfach in die Büsche legen. Irgendwo verteilt, verteilt. Oh, mein Gott. Wir sind sogar in der Zone... Oh, ja, und? Ich bin ausgenockt. Wo genau? Ich hab keine Ahnung. Guck mal, versteck dich einfach. Versteck dich einfach. Kannst du irgendwie zu mir kommen? Nee. Nee, nee, du weißt ja, wo ich bin. Ich weiß leider nicht, von wo der schießt. Vom Haus irgendwo. Ich seh ihn leider nicht. Ah, doch, ich seh ihn. Ich seh ihn. Bin weg. Bin weg. Hat einen Kopfschuss, der eine? Der andere hat auch einen Kopfschuss. Quantum! Warum auf mich? Ich hab dich gerecht. Ich weine. Ich weine. Das ist mal hier in die Ecke. Ah, der Fracktor da hinten. Da ist doch hier hinten vielleicht. Die waren beide im Haus drin, ja. Das war das Problem. Meine West ist jetzt 51. Super. Du hattest auch noch viel Zeug, oder? Weil ich hab jetzt keinen First Aid mehr. Nein, ich glaube, ich hatte eins da noch, oder so. Ich leg mich jetzt einfach irgendwo erstmal hier hin. So. Oh, okay. Das ist nicht gut. Siehst du den irgendwo, dass du mir helfen kannst? Nee. Ah, ich seh den. Rache! Für Quantum! Ist tot. Sauber. Von dem Haus. Oh, da hinten. Hat einen Schuss abbekommen. Kill. Das war ein Kill. Definitiv. Das war definitiv ein Kill. Das war ein Kill. Ich seh den ja bei mir. Ah! Beweg dich! Oh! Du mir schön stillst. Der weint. Der weint jetzt. Gut. Oh! Ich muss nachladen! Quantum, halt mich fest! Ich halte dich! Ah! Was ist denn das? Oh Gott, ich hab falsch gekleppt. Ich kann mich nicht hochrennen, weil ich hab nichts mehr. Ist der letzte auch noch. Oh Mann, der hat so eine gute Posi. Das ist nur der Traktor für dich. Den Stein. Ja, ich... Den Stein hier. Ah! Ich halte mich jetzt erstmal hoch. Er ist nicht in der Zone drin. Ja, ist gut. Ja, ja! Oh! Lass ihn nicht leiden. Ja, ja! Ich verziehe es! Ich sehe es! Okay, keine Ahnung, was das war. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, was für eine Runde. Meine Hände zittern einfach. Ich wollte das doch spannend machen. Nee, ich glaub's dir nicht. Oh, nee, ich kann nicht mehr, du.